Wie sieht es eigentlich mit den Vorbereitungen für das Halloween-Turnier aus? Oh, es ist so gut wie alles fertig. Vielleicht fehlt noch ein bisschen Dekoration. Denkst du, dass wir noch ein bisschen für das Halloween-Turnier trainieren sollten? Ja, auf jeden Fall. Mein Ziel ist es, unter die Top 3 zu kommen. Die Halloween-Party nach dem Turnier wird bestimmt spitze werden. Ja, das denke ich auch. Ich habe schon ein richtig cooles Kostüm, welches ich anziehen werde. Was ist eigentlich dieses Halloween, über das die Menschen momentan so viel reden? Hm, das wüsste ich auch gerne. Mich würde es aber auch mal interessieren. Was könnte es wohl damit auf sich haben? Eine Halloween-Party also? Hm, was eine Party ist, weiß ich. Aber was ist dieses Halloween? Weißt du, was es mit Halloween auf sich haben könnte? Nee, da habe ich echt keinen blassen Schimmer von. Halloween? Natürlich weiß ich, was das ist. Darf ich auch mit zur Versammlung, Mama? Nein, mein Schatz. Die Versammlung ist nur für erwachsene Pferde und nichts für Fohlen. Och, Menno. Ruhe! Wenn ich dann mal in Ruhe bitten dürfte? Seid doch alle mal still! Na also, geht doch. Also gut, wir haben uns heute hier versammelt, weil ihr wissen wolltet, was es mit diesem Halloween auf sich hat. Halloween ist ein sehr gruseliger Tag. Viele sagen, da passieren manchmal auch paranormale Sachen. Die Welt wird zum Beispiel von Geistern heimgesucht. Und ja, außerdem gehen Kinder noch auf süßes oder saures Tour. Aber da wir Pferde sind, fällt das für uns leider weg. Also, es ist zusammengefasst ein Tag, an dem man sich gruselt und an dem alles so ein bisschen, ja, gruseliger gestaltet ist. An Halloween geht es auch um das Verkleiden. Wer hat das gruseligste oder coolste Kostüm? Naja, auf jeden Fall möchte ich euch heute die Legende des Geisterfohlens erzählen. Äh, wieso denn das? Schweig still, Campari! Ähm, okay. Wenn ich dann mal dürfte. Man erzählt sich, dass vor circa 1000 Jahren hier auf diesem Hof ein Fohlen gestorben sei. In jeder hundertsten Nacht kehrt es hier auf diesen Hof zurück, um Schrecken und Angst zu verbreiten. Und dieses Halloween, ja, das ist der Tag, an dem das Fohlen wieder zurückkehren wird. Ich an eurer Stelle würde Angst haben. Ach, so ein Quatsch. Keiner glaubt an Geister. Völliger Blödsinn. Diese Legende ist sicherlich nicht wahr. Ein Geisterfohlen, wer's glaubt, wird selig. Oho, es erscheint mir so, als hättet ihr mir nicht richtig zugehört. Es gab einen Fohlen, welches nie raus durfte. Es durfte nie mit den anderen Fohlen spielen. Mami, ich würde so gerne mit den anderen Fohlen spielen. Nein, mein Schatz, du bleibst hier. Hier bei mir. Die anderen Fohlen machten sich über das Fohlen, welches nie raus durfte, lustig. Warum darf die denn nie raus? Hat die etwa Angst vor uns? Die ist so seltsam. Mami, die machen sich schon lustig über mich. Ich möchte auch einfach mal nur raus und spielen. Nein, mein Schatz, da draußen ist es viel zu gefährlich. Du bleibst hier. Hier bei mir. Eines Tages wachte das Fohlen auf. Seine Mutter war weg. Sie war einfach weg. Spurlos verschwunden. Oh, ist deine Mami etwa weg? So ein Jammer aber auch. Jetzt bist du ja ganz alleine. Ja, aber wenigstens kann ich jetzt raus, ohne dass es mir jemand verbietet. Seht ihr, hier bin ich. Ach so, ich habe gehört, dass deine Mami in den Wald gelaufen ist. Vielleicht solltest du ihr hinterher gehen. Vielleicht findest du sie ja. Möglicherweise ist sie ja in Schwierigkeiten. Wer weiß. Mami, im Wald? Dann werde ich sie suchen gehen. Und so machte sich das Fohlen auf in den Wald, auf der Suche nach seiner Mami. Oh mein Gott, die ist so dumm. Ihre Mutter ist gar nicht im Wald. Ihre Mutter ist schon längst tot. Das Fohlen war nun also alleine. Alleine auf der Suche nach seiner Mutter. Es war ziemlich kalt und auch dunkel. Es verlor die Orientierung. Und so kam es, dass es in ein Sumpfgebiet gelang. Es steckte fest. Es steckte so fest im Sumpf, dass dies sein Todesurteil war. Bevor das Fohlen endgültig im Sumpf versank, dwor es sich, zurückzukommen, um Rache zu nehmen. Rache an den Fohlen, welche sie in den Wald gelockt haben. Und Rache an denen, die ihm nicht gesagt haben, dass seine Mutter längst tot war. Dies alles passierte am 31. Oktober, den Tag, den wir heute als Halloween kennen. Der Geist des Fohlens wird uns also heimsuchen. Aber wenn ihr mir nicht glaubt, bitteschön. Sagt dann aber nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ein Geisterfohlen an Halloween also. Interessant. Was ist, wenn die Legende wirklich stimmt? Wird uns morgen an Halloween dann wirklich ein Geisterfohlenheim suchen? Also, ich hab irgendwie Angst. Und du warst wirklich schön artig. Gut, dass du hier geblieben bist. Du weißt doch, ich bin immer artig. Um was ging es denn in der Besprechung? Ach, nichts Wichtiges. Nur wieder so langweiliger Kram. Das hätte dich eh nicht interessiert. Aha, sie erzählt mir also nicht die Wahrheit. Interessant. Herzlich willkommen zum diesjährigen Halloween-Turnier. Es freut uns, dass ihr auch dieses Mal so zahlreich erschienen seid. Hey, Gloria, hast du heute schon irgendetwas von einem Geisterfohlen mitbekommen? Also irgendwelche Anzeichen, komische Geräusche oder hast du sogar irgendwas gesehen? Nein, hab ich nicht. Aber ich hab so Angst davor. Ich denke, dass das Fohlen uns vielleicht erst in ein Nachtheim sucht. Oh Mann, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Und die nächste Teilnehmerin ist Tamara auf Cleopatra. Hm, was ist nur, wenn uns das Fohlen angreift? Kann ich gegen so ein Geisterfohlen kämpfen? Und wie stark wird es wohl sein? Huiuiui, was ein Chaos. Scheinbar hatten die beiden heute kein Glück. Ich suche ja nicht auf den Fehler beim Pferd. Aber Cleopatra, was war das denn? Du warst ja, du warst ja gar nicht konzentriert. Die nächste Teilnehmerin ist Lissi auf Gloria. Ist da Fohlen? Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja, wird es uns wehtun? Ich hoffe, die Legende ist nicht wahr. Was ist denn heute nur los? Die beiden scheinen wohl auch einen sehr schlechten Tag erwischt zu haben. Oh Mann, vorhin beim Turnier war ich ja gar nicht bei der Sache. Ich musste die ganze Zeit an dieses Geisterfohlen denken. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Mann, und es tut mir so leid für Lissi. Das tut mir einfach so leid für Tamara. Wir haben so viel trainiert und nur weil ich unkonzentriert war, habe ich ihr das komplette Turnier versaut. Ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen. Es ist schon ziemlich dunkel und wir haben immer noch nichts von dem Geisterfohlen mitbekommen. Ich denke, wir sollten vielleicht eine Konferenz einberufen. Wir sollten vielleicht nicht alle durcheinander reden. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Also wir sollten auf jeden Fall erstmal ruhig bleiben. Ja, denn Panik macht das Ganze noch schlimmer. Habt ihr das gehört? Was war das? Hm, ihr scheint die Tonne umgefallen zu sein. Das war der Geist. Ach, Quatsch. Dafür gibt es sicherlich eine logische Erklärung. Also, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Keiner braucht... Angst zu haben. Die ganzen Putzköpfer sind umgefallen. Wenn ich es doch sage, der Geist ist hier. Jetzt geratet mal nicht in Panik. Ganz sicherlich gibt es für das auch eine ganz logische Erklärung. Ach so, logisch erklären. Also, kannst du mir dann auch mal bitte sagen, was dieses komische Ding da vorne ist? Äh, nope, kann ich nicht. Weiche von uns, Geist. Wir wollen deine Rache nicht. Verschwinde doch einfach. Nein, ich werde niemals verschwinden. Ich werde Rache ausüben und sie wird ganz fürchterlich sein. Nein, bitte nicht. Verschwinde hier. Und außerdem... Ih, das blendet. Moment mal, das ist gar kein richtiger Geist. Das ist ein Geisterkostüm und dazu noch ein sehr schlechtes. Als ob wir auf so etwas reingefallen sind. Wow, im Dunkeln sah das alles irgendwie angsteinflößender aus. Jetzt sieht das Ganze eher lächerlich aus. Was zur Hölle ist das denn? Da kann man sich ja nur tot lachen. Na, ein Glück habe ich eine Taschenlampe gefunden. Vielen Dank, Milky Way. Na, dann wollen wir mal schauen, wer sich hinter dem Kostüm verbirgt. Äh, ja, hi, Happy Halloween. Das ist jetzt wohl nicht dein Ernst. Das warst die ganze Zeit du? Aber woher wusstest du? Hast du uns etwa nachspioniert? Ja, habe ich. Ich wollte auch mit auf das Treffen. Und, naja, ich habe mich halt hingeschlichen. Ich habe gehört, wie ihr von einem Geisterfohlen geredet habt. Und da dachte ich, ich erlaube mir mal einen kleinen Spaß. Na, da hast du uns aber mächtig drangekriegt. Es war doch klar, dass diese Legende einfach nur purer Quatsch ist. Das war doch klar. Der wollte uns doch nur Angst machen. Und wir sind darauf total reingefallen. Aber trotzdem ein guter Scherz. Ein guter Halloween-Scherz also. Naja, da mag man sich drüber streiten. Aber das Kostüm war auf jeden Fall eine Beleidigung für alle Geister. Als ob wir so aussehen. Happy Halloween. Happy Halloween. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020